Salaam Ale syntax gefällt es auf mich gibt AAAAAASS Warte da rechts ist ein Christ Was geht Christ In den Augen der Christen Beten muss nie mit dem Teufl sein Was macht ihr scheif da Digga Ich hab Probleme momentan Lasst mich in Ruhe Warum trinkst du es gibt keinen Grund der Werk worum man trinken muss meine frau sie hat ihr kopfdruck abgenommen als haben sie gestirbt warte jemand schreibt auf instagram bruder kannst du mich einladen warte bruder doch mal mitgezieht sammelt mal das stirbt gerade ja ich komm weg das ist krass du stirbst richtig krass warum machen wir den dreck schnell jungs heute haben wir uns alle gesammelt und wegen einem folgenden Grund das ist kein deutsch das ist kein deutsch wenn wir was machen wir hier sind wir nicht Masken AAAAAAAA ich schrei mal ich schrei mal ich schrei mal ich schrei mal das kommt nicht ab ich seh auch gerade ich bin nödel ich sterb auch Jungs war la billa dieses Video hat einen Grund und zwar heute machen wir ein FAQ mit Samet und Hamza und Hazet Isa Hamza fang noch mit der ersten Frage an bro warte 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 erstmal noch einen Schluck sagst du ihm dass du ihn liebst dass es nur ihn alleine gibt ich glaub ich kipp jetzt rum ich glaub ich kipp jetzt rum gib dem gib dem AAAAAAAA 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 Was sagen deine Eltern dazu dass du so beleidigst Baba Baba was sagst du dazu dass sie halt nicht so viel beleidige AAAAAAAA 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 Ich kann nicht mehr raus oder ich lauf wie ein Behinderter Was wird dein nächstes Auto? AAAAAAAA Fragst du es wirklich? I'm G4LIFE I'm G4LIFE I'm G4LIFE Es wird auf jeden Fall eins was er nicht bezahlen kann Ja Ja auf jeden Fall da wo irgendeins was wieder deinen Arsch kutschiert I'm G4LIFE Fragst Ein Mann hat geschrieben Wallabilla Wie viel wiegst du? 120 Wo ist das mit? Ja Mein Schleim ist draus Habt ihr jetzt gehört? So Wir kennen ja alle unseren lieben guten Schein Guck jetzt Auch egal wie er das geschrieben hat Was für ein Auto fährst du Oder hast du in der Zukunft ein Traumauto? OOOOOOO Mein Gehirn schmilzt Was ist das für ein Deutsch? You're the German Can of your ass ert Das ist wo, ein Italian Rum Ich weiß nicht, aber ich will diese Fatze ficken 100.000 Abonnenten erreichen Studieren Und Beyoncé ist der Arschloch einmal sauberletten Ja, das ist auch mein Ziel Und einmal nach Mekka, stimmt, das sollte man ja auch sagen Sag ich gerade, ich habe gerade 50.000 auf Tisch gesessen Und ich sage Mekka, Mann Aber du hast dich gerade besoffen? Machst du mal ein Fantreffen und grüß dich bitte, heißt es, wird weiter Also ich kann mir das momentan nicht vorstellen, aber in ferner Zukunft, wenn wir mehr sind, dann ja Aber was ist Fantreffen, was für Fans, ihr sagt meine Sklaven Was würdest du machen, wenn du erfährst, dass deine Freundin dich betrogen hat? Ich habe wieder verloren Aber trotzdem würde ich dich lecken Was ich machen würde Digga, wir leben in Deutschland, wir haben 2021 Ich würde ganz vernünftig zu ihr hingehen, oder Samet? Wir würden da hingehen, erstmal eine Konfrontation aufsuchen Konfrontation auf gutes Deutsch Ich würde erstmal mit ihr Vater in den Arsch ficken Nein, also ich würde auf jeden Fall mit ihr erstmal ein Gespräch aufsuchen Vielleicht sie fragen, warum sie es gemacht hat Und dann erst mal gehen, ja Und falls es irgendwie, ne? Falls ich da irgendwelche distanceen, diskrepanzensen sich bilden Dann könnte man halt zu gucken, ob ich sie anser, aber Was ich tun würde anasını Bacısını, dedesini, bebesini, beşikteki ebesini komple ben bir sülalenin potunun içine sokardım Yarrağımı bir komple arkadan sokardım Kafasıyla beraber ben onları var ya Jettlini, Andesli, Esli, yangın içine bırakırdım Dört litrelik benzinler her yerini yakardım Ağzına sıçtımın Yahudi pezemekleri Sen kimsin beni aldatıyorsun Amuna kodumun yatakta başkasıyla s***chen Orospu Senin g**tüne papağan kuşununun tüyünü sokayım Orospu evladı derdim Siktir git amuna kodumun Sen kendini ne sanıyorsun Ağzına sıçtım russuz imansız g**tü Azıca milen Ağzına sıçığım Mera', negative Işıçık Ibla, abla bana bak segreg Oturuh Bir dahil bu around Creating Eigentlich wünsche ich mir sehr, dass ich Kinder bekomme. Alter ist sie geil. Ich würd... Also ich würd am besten so im Idealfall, wenn es eine Frau ist, die ich liebe, 2 bis 3. LAN! Telefon burada rutschmakt, jesak. Ağzanssicht, im Sarı, Sarı, Schweinsteiger. Schna bak, geh die Pantolona bak, bro. C und A'da 10 lira aldı. Gel, bleh, gel. Gel, sana 10 lira vereyim, gel. Git kendine bir şey al. Amura kudum, gerizekalı orospu, çocuk. Geşere, oturuyor, kendini boks an an orospu. Wau. Konuşa? Ja, ich bin tot. Kommt in Zukunft noch andere Content? Ja, heftig. Seid gespannt darauf, was wir noch machen werden. Wenn wir unsere Reichweite wechseln, dann wird es richtig... Ja, Öldüm, Allah, vielleicht bin tot. Das ist ein Hammer. Ich bin Hassama, der Hammer, der Klede schief. Ein Maximum 2 wird definitiv nicht erscheinen. Und, Bruder, was sagste? Was denn? Maximum 2? Nee, Bruder. Maximum 2? Bruder, was wir gemacht haben, ist Maximum 3 schon. Wallah, ich seh das genauso. Es wird auf jeden Fall guten Content geben. Wir haben auch sehr viele Ideen. Nur die jetzt umzusetzen, wäre zu früh. Warum wolltest du irgendwie das machen? Warum wolltest du irgendwie das machen? Warum wolltest du irgendwie das machen? Also, ich hab... Ey, WOMMARFARENGOMMART! Ich glaub, das passt 10 Minuten. Also damals habe ich geschlafen ganz normal und ich habe das jetzt auch schon ein paar Leuten erklärt, aber nochmal für alle, damit jetzt diese Frage für ein und alle mal abgeschlossen ist. Ich habe ganz normal geschlafen unahnt von dem, was auf mich zukommt. Ich bin aufgestanden, digga, ich werde von jedem bombardiert. Land, frat, du wurdest da erwähnt. Du hast ein Video gemacht, man hört deine Stimme, dies, das. Ich so, lan, anan ist die Kim, woher? Ich habe nicht mal TikTok, ich habe gar nichts, ich habe gar keine Plattform. Ich habe nicht mal zu dem Zeitpunkt YouTube, geschweige denn TikTok gemacht. Und auf einmal sehe ich, digga, ich bin viral auf TikTok. TikTok, meine Plattform, die ich verachtet hatte und da sieht man wieder, man darf nie rausreden, die ich persönlich von mir aus gesagt habe, dass ich diese Plattform niemals benutzen werde oder halt, ja, runterladen werde. Und dann habe ich das getan, weil ich gesehen habe, ich bin viral gegangen. Ein Kumpel von uns, Burak, Sinin, Ananan, Badiabend, Göttini, Shisha, Bardasikim. Dieser Hurensohn hat einfach ohne meine Erlaubnis, aber eigentlich bin ich auch dankbar dafür, weil jetzt bin ich hier. Alhamdulillah, Herabbilalamin. Er hat einfach ohne meine Erlaubnis einfach irgendwas von mir hochgeladen, wo ich im Ikea, Ikea auf jeden Fall, wo ich bei Edeka diese Flaschen da beleuchtet habe. Falls ihr irgendwie das Video schon gesehen habt, das bin auf jeden Fall ich. Und dann ist das extrem viral gegangen, da meinten auch viele unter den Kommentaren, ja, Digga, wer ist dieser Typ, macht der YouTube, macht der dies, das. Dann habe ich natürlich gesehen, also war eine sehr, sehr gute positive Resonanz darunter. Dann dachte ich mir, ja komm, mach doch auch mal einen TikTok an, was hast du für den, weil wir haben eh Corona, du kannst eh nichts machen. Ihr habt den Murk und dann schon, dann ging das richtig gut. Es ist wirklich richtig gut abgegangen. Ich glaube, ersten zwei, drei Videos sind schon behindert viral gegangen. Und dann habe ich mein erstes Gaming-Video hochgeladen. Auch da war ich so ein bisschen am Zweifel. Ich dachte mir so, Digga, wird das wirklich ankommen so? Weil das ist immer noch Gaming voll Opfer. Das war mit Judentempel, ne? Genau, genau, da wurde jetzt krass noch gebannt hatten. Auf jeden Fall, äh, TikTok, wir lieben euch auch auf jeden Fall. Ihr seid eine sehr faire Plattform. Am nächsten Mal zeige ich euch auch einfach meinen Arsch und das ist ja nicht schlimm. Aber ein bisschen Beleidigung auf Spaß ist, okay. Sie sind ruhundesistichim, sie sind ruhundesistichim, oder so? Entschuldigung, Leute. Auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ist, äh, haben wir unser erstes Gaming-Video hochgeladen. Und das ist so gut angekommen. Wir hatten über 100.000 Aufrufe. Klar ist das zwar nicht viel, verhältnismäßig für die anderen. Aber für uns war das sehr viel. Und wir haben auch unter den Kommentaren, äh, zu lesen bekommen, dass wir YouTube machen sollen. Und dann habe ich gedacht, tamam, morg. Und jetzt sind wir hier und beten an Allah. Willst du mal auswandern? Boah, Digga, das ist eine richtig gute Frage, ja? Die begrüße Kakashi. Kakashi, bro. Ich würde, also ich könnte mir jetzt auf jeden Fall schon vorstellen auszuwandern. Aus dem Prinzip, dass Deutschland, sei es von dem Klima und auch von der Menschheit, nicht so das Beste ist, was man haben kann. Aber als Alternative, wenn man irgendwann mal Guts verdient mit der Familie nach Türkei oder sowas, auf jeden Fall vorstellbar, ja. Und Grüße gehen zurück, bro. Was sollst du als Kind werden? Oh, soll ich einen Abtanner geben? Abtanner. Soll ich einen Abtanner geben? Ich habe meiner Oma versprochen, dass ich Arzt werde und immer auf sie aufpasse, jetzt ist sie tot. Merwe fragt, ob sie die Erste sein kann. Wollah, will er krass? Ey, Merwe. Ha, wollah, will er krass nicht, oder? Wollah, will er krass nicht. Was ist dein Lieblingsessen? Kennt ihr überhaupt einen Bastard, der Tacos isst? Meinung gibt es nur bei Alkali. Dein Lieblingsessen ist Mante, Mann. Mante, reiß er den. Mache, woll muss schon Türkei ennen. Jolo, da, 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 da. Warte, lass eine Klippe. AAAAAAAH! Geht dem B***. Was würdest du machen, wenn YouTube nicht verläuft? Boah, das läuft doch so krass mit dem Geld. Boah, ey, ich verdiene so viel Geld. Also, angenommen, ich würde mit YouTube Geld verdienen und es auf einmal nicht mehr läuft, würde ich, keine Ahnung, irgendwo eine Ausbildung machen, denke ich mal. Muss ja irgendwie, ne? Komm später, irgendwann mal Ruhe, der Fiete ist. Ja, krass. Ich habe so krasse wilde Ideen, Genshik, wenn ihr nur wüsstet. Wenn ich nach Türkei fahre oder fliege oder was auch immer, ich werde da so viele Reportagen machen, die Leute hops nehmen. Aber nicht wie dieser, ne, diese YouTuber, dessen Namen ich jetzt nicht in Erwägung ziehen möchte. Ihr könnt euch schon vorstellen, den schon. Ähm, wir machen das auf jeden Fall ein bisschen interessanter und spannender. Nicht dieses normale Flachsen-Maxen mit dummen Content. Ich habe krasse Ideen, Wallah. Dann würdest du lieber wissen, wann oder wie du stürst? Boah, das ist eine krasse Frage. Aber die Frau, die ich gerade angefangen habe, weiß auf jeden Fall, wie sie tot ist. Komm, ich würde gerne wissen, wie, ey. Ja, wie auf jeden Fall, ja, wie. Schaust du Fußball oder spielst du Fußball? Sehr viel. Also in meiner Falle spiel ich so viel Fußball. Ja, also ich war im Verein, ich war Stürmer und haben es aber nicht gehabt. Wanda Bilek war im Fußballverein. Ich auch. Ja, ich bin bei Gala Innenverteidiger. Mann, Spaß beiseite. Ich habe früher Fußball geschaut, jetzt juckt mich das krass nicht mehr. Ich bin mehr so der Basketballer. Wann kommen Star Wars Videos? Also wann kommen Star Wars Videos? Soll ich also Star Wars hochladen oder was? Star Wars Video mal anziehen, wenn du spielst Battlefront. Simon, komm, lass Choreo machen. Ja, okay, warte, lass mich machen. Also Spaß beiseite. Ich könnte mir schon vorstellen, mit Star Wars Videos zu machen, aber, Digga, ich will dir, das ist ja kein Geheimnis, ich will dir jetzt erstmal an Reichweite kommen. Mit Star Wars kommst du, glaube ich, eher weniger an Reichweite. Jetzt bin ich böse gemeint, aber wie gesagt, also jetzt, so lohnt sich das nicht, weil damit machst du keine Reichweite, denke ich mal. Aber irgendwann, wenn wir eine gute Abonnentenanzahl haben, könnte man so spezifischere Videos machen, wo Leute halt auch Bock drauf haben. Warum nicht, klar. Mann, kann bestimmt. Ja, ich bin tot. So. Alter, du bist krass gestoppt. Das sah aus wie Kobe Bryant. Wie alt bist du? Ich bin 22, Bro. Ich werde dieses Jahr 23. Wann hast du eigentlich vom Match rauszubringen? Bro, das ist eine sehr gute Frage. Ich persönlich hätte natürlich Bock drauf. Warum nicht? Ich habe da auch geile Motive eigentlich mir schon vorgestellt, weil jetzt ein paar Leute schon danach gefragt haben. Aber, Digga, jetzt ist noch viel zu früh, um darüber überhaupt zu reden. Man könnte sich das vorstellen, ist eine Vorstellung wert, aber ich denke mal, erst dann werden wirklich sehr viele danach fragen. Aber jetzt. Aber danke für die Idee und danke für die Meisterin. Würdest du was mit Jambro starten, wenn du könntest, Ustak? Also mit Jambro, klar, warum nicht? Ich feiere seinen Content und habe unabhängig davon, ob ich ihn früher mehr gefeiert habe oder nicht. Er macht guten Content, ist ein nicer Typ, warum nicht, klar. Aber ich glaube nicht, dass er irgendwie Interesse hätte. Aber feiert es dann ja, klar, gerne. Wie lange brauchst du für ein Video? Das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also Summit und ich schneiden die Videos immer. Summit hat auch einen sehr, sehr großen Stellenwert, weil er macht auch sehr viele Videos. Summit braucht eigentlich weniger als ich, obwohl er vom Handy ausschneidet und ich eigentlich länger, weil ich bin nicht so gut in der Materie drin. Aber so umgerechnet so im Durchschnitt drei, vier Stunden ungefähr, Minimum. Wie weit? Kann ich dich mitnehmen? Stimmt, Schlampe. Ab wie viel Abos kommt Facecam? Bro, eigentlich wollte ich das nicht so sagen, weil vielleicht würden viele oder ein paar von euch enttäuscht werden. Aber ich will eigentlich um den Schnitt, das habe ich jetzt auch meinen Mods auch schon Bescheid geben, wenn ich ungefähr 150 bis 200 Zuschauer durchschnittlich habe in meinen Streams. So, die letzte Frage. Magst du Yu-Gi-Oh? Ja. Wir haben hier ein Wing Riders Display. Allahuakbar! Will du Yu-Gi-Oh! Will du Yu-Gi-Oh! Will du Yu-Gi-Oh! Will du Yu-Gi-Oh!